Paul, Paula, Irene. Ah, da seid ihr ja. Paul, das ist mein Bällebad hier. Nein, nein, es macht Platz. Nein, du machst Platz. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Paul, Paula, habt ihr tolle Kostüme. Ich hab auch so eins. Hallo, Irene. Ja, ich hab ein Einhorn-Kostüm. Und ich hab ein Dinosaurier-Kostüm. Und ich bin auch ein Einhorn. Paula, jetzt macht Platz hier. Hey, ihr zwei, was streitet ihr euch denn? Ich will hier eine Party in diesem Bällebad machen. Mit meinen Ponys. Und ich will eine Party mit meinen Dinosauriern machen. Hä? Ponys? Dinosaurier? Äh, ich glaube, wir müssen die erstmal aufblasen. So, fertig ist unser erstes Pony. Oh, die sind aber ganz schön groß geworden. Jetzt wird's Zeit für die Dinos. Tadaa. Tadaa. Oh, ich hab die Besten in diesem Dinosaurier auf der Welt. Hm, tatsächlich. Ich glaube, wir passen hier alle nicht rein. Was sollen wir denn machen? Ich habe doch gesagt, dass es mein Bällebad ist. Nein, es ist mein Bällebad. Stopp, 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 stopp. Ich habe eine bessere Idee. Ihr zwei kommt mal mit und eure Tiere auch. Und wir gehen woanders hin. Da wären wir. In dieses Bällebad passen wir alle gemeinsam rein. Hey, Pommizong! Lass uns reinten! Wir sind ja in der großen Bällewüste. Ich will auch zu euch! Hey Kids, habt ihr Lust auf ein bisschen Tee mit Kuchen? Ja, natürlich! Tee mit Kuchen! Wir wollen auch Tee! Mit Kuchen! Na, dann bleibt erst mal hier. Und ich gehe und mache uns einen Tee. Ich habe hier Kugelknete und daraus mache ich jetzt unseren Kuchen. Zuerst fangen wir mit der grünen Torte für die Sinosaurier an. Und jetzt glättern. Und jetzt verzieren wir unsere Torte. Und jetzt machen wir uns an die andere Torte. Und jetzt verzieren. So, und jetzt wird es Zeit, dass ich die Kinder bringe. Und die Pony-Dinosaurier-Party geht weiter. Was für eine wunderschöne Einhorn-Torte! Boah, das ist dinosaurisch cool! Oh, das sieht aber ganz schön appetitlich aus. Mh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und hier habt ihr eure Kuchenstückchen. Mh, das ist die beste Einhorn-Torte, die ich je probiert habe. Und du, was magst du mehr? Dinosaurier oder Einhörner? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Folgt diesem Kanal und schau dir das nächste Video an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!